Alliallöchen, Zeibertchen hier am Start in Deep Rock Galactic Und wir haben eine weitere Mission zu erfüllen in unserer Aufwärtsnicht Für die Beförderung müssen wir Trick der Klarheit machen Drei Mulis bergen und das werden wir jetzt direkt tun Get on board team Nium, 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 nium Nium So Down it goes Let's get the top start and get back in a hurry Das ist sicher schon mal so Ops Kiepchen Das ist eine Mission Die vorherige Crew haben ihre Mini-Mühle verloren, ihre Dropport und ihre Leben in diesem Kawe Find die Dropport-Mühle, die Dropport-Operationale und zurück in die Basis Expect schwerer Infestation und versuchen sie nicht wie deine vorherigen Kollegen Sooo Da haben wir schon mal jede Menge Pilze hier gleich Und da Ups So Mach doch mal Licht Und komm mal her Wir müssen Ordnung schaffen die ganze Schmulze hier So So Also tendenziell geht's so auch nicht in Ordnung So Also tendenziell geht's so auch nicht in Ordnung So Was ich mich frage, wenn Also es wird ja Da angezeigt Da drüben Ist da unsere Zielkoordinate wo wir hin müssen am Ende? Oder Was bedeutet dass das da angezeigt wird? So ein bisschen nach da und ein bisschen nach oben Das war schon wieder viel zu weit nach oben Das war schon wieder viel zu weit nach oben So Du 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 Okay Gimme all the good stuff Du 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 Okay. Und reparieren. Nummer eins. Nummer eins. Tja... ...und da ist neun von... ...zwanzig haben wir hier. Da ist dann die Kiste, das ist auch gut. All right. Oh, okay, okay. So, hier ist wieder ein Käppchen, hier ist ein Käppchen So, hier habe ich doch was zu wählen, nachdem ich... Das ist gut, aber jetzt werden wir die gut die 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 Ahhhhhhhhhh Molly, wo ist das? Molly? Was ist denn hier denn? So, Nummer zwei Well done, mule repaired Okay 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 Hier ist noch eine Klappe Hier ist der Smoke Okay 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 So Okay Da ist noch eine Klappe Jetzt habe ich sieben und neun So So Hier hoch Überversen Überversen Und noch Eine noch So 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 Reparieren So Mule ist So 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 1,2,3 sehe ich schon, 1,7,2,3,2,3, da ist die vierte, alles klar wir haben es alles klar, alles klar wir haben so mehr brauchen wir nicht, jetzt reicht mehr so mehr Die Mühle sind zurückgekehrt, folgen sie und wir haben die Drop-Pot fixiert. Remember, Sie können immer die Drop-Pot auf der Drop-Pot auf der Drop-Pot. Die Mühle sind geschlossen. Jetzt, um die Drop-Pot zu arbeiten. Erstens, eine gute Verbindung zwischen dem Drop-Pot und dem Spacerig. Setzen die Uplink. Du, 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 du. Oplink. Steiger. Das ist das Ding! 75% Ok, dann sende mal Da, 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 da Fuel cells have arrived, get them set up Not that way, I'll just go Yeah, that looks good So, let's do it Very relaxed Get back there, I'm still there Go, shoot, pass it through Ich mache das alles. Du, 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 du! 75% 2 4 5 6 6 4 6 6 . Your cells fully charged! Drop-Part engine powering up, hold your ground. We're almost ready to pull you and the goods out. Hold your ground. On-board mainframe booting. Calculating orbital trajectory. Powering radiation shielding. Powering radiation shielding. ... Ok Dann gehen wir Extraction commencing. Good work Good work Yeah Und die haben wir auch geschafft. Sehr schön Gut gemacht. Du kommst immer näher an den Abschluss des Auftrags und damit unsere Beförderung Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen Das lief wieder wie am Schnürchen Ich glaube es hat gefallen. Haben sie Musik? In James Warriors You boys better be better miners than you are dancers Da 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 Und jump viel spaß bis zum nächsten mal euer xabotchen